Hey Leute und herzlich willkommen zu dem Part 2 von unserem dritten Minecraft Projekt mit Cabena glaube ich, Nini und ja, ich halt auf diesem YouTube, äh, auf diesem Dorfprojekt da, dass ich gar nicht mehr reden. Und ich würde sagen, wir waren ja in der letzten Folge hier dabei, das Dorf zu plündern und so und ich baue hier gerade so ein bisschen mein Haus um. Das muss richtig krass werden mit einer Treppe. Ich will nämlich das unsere Geschoss mit dem oberen verbinden. Nachfahrblock, wie viel Kohle hast du so? Äh, Kohle, ah, 25. So wenig, ich hab einen Stack und zwei weitere. Ja, okay. Ich hab ne dicke, fette Kohleader hier. Cool. So, warte. Oh, ich muss ja... Ich zieh ganz weit weg von euch. Hey, warum? Tja. So sag doch warum. Naja, um, ähm, was Vernünftiges zu bauen. Wir sind ja hier eigentlich nur zu, sozusagen zu Besuch bei den Villagern. Und ich will die ja eigentlich nicht stören. Ich baue das hier aber trotzdem schön. Ach, ich hab ein Baby zu mir gefangen. Hey, gibt's... Ja, ihr ist hier... Ey, ich hab ein halbes Herz. Bist du jetzt tot, oder wie? Nee, ich lebe noch, aber ich hab ein halbes Herz hier. Oh. Boah, hier baue ich jetzt den Raum nämlich um. Äh, ich muss noch ruckern. Aber gar nicht schnell. Kann man hier erstmal weg? So... Oh, ich kacke. Ich schwein. Ich baue das hier gerade ein bisschen um. Ich liebe nämlich mein neuer Schlafplatz. So, dann. Okay, gut. Dann baue ich... Ich baue mal die Tore lieber oben hin. So. Oh, Nini, kannst du nicht zurückkommen? Ich hab schon wieder ein halbes Herz. Was hat die? Ja, ich bin tot. Ich hab ein halbes Herz, weil mir ist ein Bogenschütze. Ja, wenn ich sie... Dann soll er mich jetzt töten. Hallo, Bogenheiliger. Kill mich mal hier. Ich krieg mich jetzt mal tief in die Mine. Oh, nee, ist auch ein Bogenschütze. Ey, was willst du? Aus der Weg. So, weg damit. Mit Schmutz. So. Der Eisengurlen stirbt. Ich weiß auch nicht, was hier für Schilder aufgestellt wurden. Ah, hier ist Kebenas Haus. Auch schön. Wo? Wo? Ja, irgendwie im Dorf irgendwo. Oha, so... Lomme, zwei... Lol. Kebenas Haus? Ja, der... Zwei Stunden. Ah, ich geh mal eben zu meinem Haus. Ich geh auch zu meinem Haus und mach das ja weiter mit dem Schild. Und hier ist ja meins. Hier sind Kühe. Aber nicht töten, ne? Die sind miteinander paant. Ach so, ich mach die Kühe in die Kühe. Ach so, ja. Okay. Ich brauch hier einen Holzboden, ne? Deswegen baue ich hier mal eben den Steinboden wieder weg. Oh, lol. Okay, jetzt baue ich hier einen Holzboden ran. Ey, das Haus wird so schön. Vertraut einfach. Ich glaube, die Dorfbewohner sterben gerade alle aus, weil ich glaube, der Eisengurlen ist weg. Ich glaube, Keben hat den getötet. Ja, warum auch immer. Der war doch toll. Wir müssen mal in der Expedition zur schwebenden Insel machen. Ja, das können wir vielleicht in der nächsten Folge machen. Denn dann, falls euch diese Folge gefallen hat, die geht nämlich schon viel zu lange. Wenn ihr davon mehr sehen wollt, dann lasst ein Like da und abonniert. Und dann würde ich sagen, tschüss. Tschüss. Und fertig. Was machst du? Mimi! Hast du sie noch einen? Tu die Recken da wieder hin. Was machst du da? Mimi, wirklich, was soll das? So, Schatz, ist die Folge. Also, hallo, ich bin auch heute dabei und ja. Ey, Nini, das machst du nicht nur einmal. Tu jetzt die Treppen da wieder hin. Warte, ich tu hier hin. Nein, nein! Nini! Tu jetzt, ja. Und die jetzt auch wieder hin. Ich habe keine im Inventar. Und zwar geht es heute eine Expedition zu dieser schwebenden Insel. Komm, jetzt geh aus meinem Haus, Nini, ne? Hier hat niemand was zu tun. Ja, ja, ich wollte zu dir kommen. Okay, dann komm, dann machen wir jetzt eine Expedition. Let's go! Okay. Dann gehe ich hier schon mal hoch. Ja, okay. Lass jetzt eine Expedition zur schwebenden Insel machen. Wenn Kibena mitkommen will, dann kann er ja zu uns kommen. Dann sieht sie ja unseren Namen. Oh, dann muss sie hochkommen. Zack. Okay, let's go! Ey, ich kann mich hier... Ich habe kein Dings, ne? Ja, baue dich selber hoch. Ja, okay, stimmt. Warte, 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 noch nicht, noch nicht, noch nicht, noch nicht, noch nicht. So. Ich habe die Eise hier entdeckt. Die snack ich mir jetzt. Die gönnen mir. Die da oben sind. Die gönnen mir. Die gönnen. Da ist jetzt nie die draufgeschrieben worden. Oh, hier ist aber auch ein Eisen. Das habe ich jetzt entdeckt. Ja, das kannst du von mir ausnehmen. Oh, hier ist Dreier Eisenader. Oh, Dreierader. Ja. Nimm. Oh, Viererader. Oh, eine Viererader. Geil. So, Eisen gesnackt. Da oben ein Eisen. Stimmt. Das Herz, ne? Das kann sich niemand ausdenken. Meine Lesen gehen heute rauf und runter hier. So, ich brauche mir jetzt hier so eine Art Grill. Ich habe ein Herz, ne? Das kann man sich nicht ausdenken. Hast du nicht auch was zu essen? Nein. Die Expedition zur geheimen Insel. Let's go. Der Eisen, der hier runterfällt, gehört alles mir, ne? Ja. Nicht, dass ihr den einsammelt hier. Ich baue mich jetzt schon mal zur Insel hoch. Nein, ich bin runtergefallen. Der Eisen, der gehört mir. Oder Frau Blocks, Frau Blocks, kannst du den einsammeln mit mir? Ja, ich, ich, ich sammeln mit mir. Oder Frau Blocks, Frau Blocks, kannst du den einsammeln mit mir? Ey, nein, ich mache das nicht. Okay. Ich habe gerade ganz andere Probleme. Ich wurde gerade vom Sklett den Berg runtergeschossen. Ich habe auch nicht mehr viel Herzen. Warte, okay, ich bin oben, ich bin oben, ich bin oben. Ey, ich mache das nicht erst mal. Aber der Eisen. Ja, ich gebe dir nichts, Mann. Also ich, 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 ich meine, ich hole da nichts, wirklich. Ja, holen kann, holen ist okay, aber dann hinterher wiedergeben. Nein, ich habe nichts gemacht, okay? Ich habe nichts gemacht. Ja, ist gut, ich glaube es eher. So. So, muss jetzt hoch, hier ist Kuhle, nehme ich aber nicht mit. Ich bin gerade voll tief gefallen. Ey, Cloud. Ah, das ist doch, das war doch hier. Oh, hier ist Eisen, hier ist Eisen. Ich hole mir das hier oben. Das war doch hier. Cool. Oh, eine richtig schöne Eisen. Oh, eine Viererader. Ne, eine Fünfer, Sechser. Oh, eine Achter. Eine Achterader, wie geil. Eine Achter Eisenader. Boah, gegönnt. Aber wir sind immer noch nicht auf dem Schwebeteil, glaube ich. Ne, ich auch nicht. Ich bin jetzt kurz davor. Auf so einer Erhöhung. Aber ich merke gerade, es wäre dunkel, ne? Ist egal. Wir ziehen jetzt durch. Er zieht durch. Zum Schwebeteil. Ich will so wissen, was da oben ist. Das wird bestimmt... Ja, ja, ich auch. Aber wir erkunden das beide zusammen. Ja, ich... Also drei zu dritt machen wir das hier. So. Ich bin jetzt oben fast. Ja, ich bin auch so fast oben. So, und jetzt... Oh, jetzt bin ich hier. Jetzt muss ich mich hier rüber bauen. Da ist ein richtiges Haus. Da oben. Warte, Nini. Warte, 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 warte. Oh, oh, nix. Das verzieht, ne? Ist wirklich schade. Wenn die Dias drin sind, ne? Boah. Erbaus-Packen. Die Diasen werden die aufgeteilt. Weil das ist hier ne... Wenn da einer drin ist? Ja, trotzdem. Dann kriegt hier einer von uns. Weil du hast ja schon einen. Ey, wie baut man sich jetzt da rüber? Kannst du das machen? Ich kann das nicht so gut. Ich bin auch nicht gut drin. Oh. So. Ja, los. So. Du musst nicht runterfallen. Ich könnte jetzt einfach runterschubsen. Aber mach ich nicht. Jetzt musst du weiterbauen. Ja, okay, warte. Geh weg. Ich kann nicht gehen, nicht runterschubsen. Hab ich ausgestellt. Ich kann aber nicht in diesen Modus bauen. Okay, doch. Doch, du schaffst du. Oh mein Gott. Du musst üben. Ja, und wenn ich runterfalle, man... Ich hab ein Dia bei mir, ne? Ich hab den aus Versehen mitgenommen. Und Obsidian, sieben Stück, ne? Und jetzt kann sich doch den Rest... Da passiert nichts. Ich hab auch zehn Eisen, also. Okay. Vorsichtig. Ja, okay, jetzt ist die sind oben, ne? Ich kann ja ganz drüber bauen. Ja, okay. Die sind oben! Okay, noch nicht ins Haus gehen. Wir warten. Ey, Nini! Ey, du bist unmöglich! Das ist so ne Verarsche. Hier ist nichts drin. Das ist ne Verarsche. Ey, Spinne! Wo weiß was denn? Okay. Ich hoffe, ich kann es einfach ein bisschen wie jeder was nehmen. So. Wo weiß was denn? Okay. Ich hoffe, ich kann es einfach ein bisschen wie jeder was nehmen. So. So. Tja, das ist ja keine gute Ausbeute. Ach, Kevena hat nichts bekommen. Kevena, hier. Ich geb dir nochmal hier ein bisschen Brot. Ey, das ist halt wirklich komplett verarschen. Hier ist halt wirklich nichts, ne? Ah, doch, hier ist ein Villager und ich hab den runtergeschubst. Ey, der Arme. Und der ist verpufft. Und ich spring jetzt auch sofort runter. Was? Was, du springst, dann bist du tot, ne? Ne. Noch Villager runtergeschwissen. Ey. Let's go, ich spring runter. Oh mein Gott. Und ich bin tot. Nini, deine Sachen entdeckt, ne? Oh, ne. Doch, weil ich hab die geklaut. Einfach witz. So, fünf Eisen wird jetzt hier gebraten. Das ist doch geil. Boah, wie geil das hier oben ist, ey. Nein. Ich bin tot. Nein. 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 Ich hab meine Sachen verhalten. Aber ich würde sagen, falls euch diese Folge gefallen hat und ihr mehr davon sehen wollt, dann lasst ihr mich wissen. Lasst ein Like da. Und wie soll ich sagen? Äh, tschüss Nini. Und äh, äh, tschau. Tschau. Kevina. Genau, Kevina.